Amerikanische Unternehmen haben sehr seltsame und skurrile Namen, z.B. trägt hier eines der bekanntesten Marken für Tiefkühlspeisen, wie z.B. Gemüse, den Namen Birdseye – Vogelaugen. Wildschweinskopf heißt z.B. ein Unternehmen, welches z.B. Soßen und Käsesorten verkauft – Boar's Head. Wenn ihr glaubt, dass das seltsame Namen sind, dann habt ihr folgende noch nicht gehört. Nummer 10 auf meiner Liste ist das Unternehmen We Buy Ugly Houses. Übersetzt, wir kaufen hässliche Häuser, GmbH. Das Unternehmen ist im Grunde aus einem Slogan in Plakaten entstanden und daraus haben die dann eine eigene Entität gegründet, welches bis heute noch als Trademark sehr erfolgreich im Geschäft ist. In den USA geht es einfach darum, Lächeln dem Konsumenten ins Gesicht zu zaubern. Konsumenten merken sich den Slogan und dann fangen die dort anzurufen – weil die dann ihr Haus verkaufen wollen. Bingo. Ziel erreicht. Erfolg. Boom. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob dein Haus wirklich hässlich ist oder nicht. Dass es nicht darum geht, das wissen die Amerikaner. Nummer 9. Ihr kennt alle sicherlich den Internetanbieter GoDaddy, aber nur wenige machen sich wirklich Gedanken darüber, wie lustig der Name eigentlich ist. Los Papa oder G-Papa GmbH. Nummer 8. Einer meiner Lieblingsnamen ist U-Haul, einer der ältesten Umzug-Truck-Vermietungsunternehmen in den USA mit ca. 20.000 Mitarbeitern und knapp 5 Milliarden Umsatz im Jahr. Übersetzt zieh selbst. Diese Truck sieht man überall auf den Straßen, weil ja Amerikaner ständig umziehen. Also durchschnittlich zieht dann Amerikaner im Leben zwölfmal um. Das ist nur der Durchschnitt. Das liegt daran, dass Amerikaner opportunitätsgetrieben sind. Wenn sie ein Haus irgendwo günstig finden und der Verkauf des Eigenen sich lohnt, machen sie es einfach. In Köln, also meine ehemalige Heimatstadt, gab es einen Laden für Drachenflieger und der hieß Zieleine. Aber in der Regel bin ich in Deutschland eher ernsthafte Firmennamen gewohnt. Oder schau dir zum Beispiel sowas an wie Yahoo. Das ist ein Cowboy-Ruf und der Firmenname hat sogar ein Ausrufezeichen. Vor allem Restaurantketten in den USA haben sehr skurrile Namen. Die größte chinesische Fast-Food-Kette in den USA heißt Panda Express. Hat Panda Express tatsächlich Panda-Fleisch in den USA verkauft und sich deswegen so genannt? Bevor es weitergeht, letztens hat mich jemand gefragt, wie schaffst du das alles? Eigene Firma, zwei YouTube-Videos jede Woche, Hobbys. Mein besonderer Dank geht an meinen heutigen leckeren Sponsor AG1. Meine Antwort, ich bin ein Energiebündel. Was die meisten nicht wissen, ich habe mich strategisch so aufgebaut. Da steckt also Arbeit dahinter. Jahrelanges Trainieren und jahrelanges gesundes Essen. Keiner kann einen Stunt machen, wenn er nicht vorher jahrelang trainiert hat. Komm Jimmy, du schaffst das! Und ich trinke jeden Morgen AG1. Aber ich habe eine Geheimrezeptur. Ein Löffel AG1, zwei Löffel zuckerfreier Fettarmereiner Kakao, ein Löffel Monkfruit mit Milch vermischt. Warum Kakao? Der pure AG1-Pulver riecht und schmeckt mir wie Schokolade. Ich habe das Gefühl, da muss mehr Kakao rein. Und am Ende schmeckt es wie ein Schoko-Shake. Aber in Wirklichkeit enthält AG1 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Betonicles, Bakterienkultur und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln wie Mikronährstoffen in hoher Bio-Verfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Das ist quasi ein Elixier des Lebens. AG1 ist im Abo-Modell erhältlich und wird ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden, ganz ohne Vertragslaufzeit. Der Vertrag kann jederzeit pausiert oder gestoppt werden. Exklusiv nur für meine Zuschauer gibt es mit dem Link unten in meiner Beschreibung beim Abschluss eines Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, fünf praktische AG1-Cravel-Packs zusätzlich und außerdem gibt es das AG1-Welcome-Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker als Geschenk dazu. Und nicht vergessen, es gibt eine 90-Tage-Rückgabegarantie. Okay, weiter im Thema. Panda Express hat wie viele andere Firmenamen in den USA keinen besonderen Hintergrund. Ich muss euch enttäuschen, denn viele Namen sind hier einfach nur sinnfrei. Und Deutsche haben ja so oft die Tendenz, eine Bedeutung darin erkennen zu wollen. Und zum Beispiel, ja, also welche berühmte Kaffeeketten kennt ihr eigentlich oder kennt der durchschnittliche Deutsche oder Österreicher, Schweizer? Klar, Starbucks ist Nummer 1, ja. Aber was noch? In den USA gibt es zahlreiche weitere Kaffeeketten außer Starbucks. An zweiter Stelle mit dem höchsten Umsatz steht Dunkin. In Europa ja auch bekannt unter Dunkin' Donuts. In den USA sagen wir nur Dunkin', also tupfen. Ja, also man soll ja den Donut also quasi in den Kaffee reintupfen und somit ist Dunkin' ein Kaffeeladen. Und nicht unbedingt jetzt ein Donutladen, wie viele fälschlich in Europa denken. Denn die Donuts von Dunkin' Gelten in den USA, zumindest hier in San Diego, eher als schlechte und geschmacklose Donuts. Also kein Amerikaner, die mit Anspruch würde jetzt bei Dunkin' Donuts kaufen und diese zu einer Party mitnehmen. Das wäre so, als würdest du in Deutschland zu McDonalds gehen und Salat kaufen und dann zu einer Geburtstagsparty mitnehmen. So, ich habe Salat mitgebracht. Jedenfalls, deswegen gibt es hier auch von Dunkin' ja auch den Kaffee im Supermarkt zu kaufen. So wie bei euch Edusho oder Jakobs gibt es hier Dunkin' und Starbucks Kaffee und weitere Sorten im Supermarkt. An vierter Stelle steht übrigens Krispy Kreme, gemessen am Umsatz. So wird das auch geschrieben mit K. Die Verbindung mit Kaffee und Donut versteht sich in den USA irgendwie von selbst. Das ist ein typisches, traditionelles Frühstück. Kaffee mit Donuts. Also soweit zum Gesundheitsbewusstsein in diesem Land. Daneben gibt es noch eine sehr bekannte Kaffee-Kette. Die nennt sich hier Death Wish Coffee. Todeswunsch-Kaffee. Bald Guy Brew ist mein Favorit. Übersetzt Glatzenkopf-Typ-Rösterei. Ihr wundert euch vielleicht, aber das sind keine kleinen oder unbekannten Namen, sondern ich rede hier von richtig großen Ketten und Unternehmen. Mittlerweile habe ich ja auch mitbekommen, dass es Five Guys in Deutschland gibt, dank eurer Kommentare, die ich übrigens alle lese. Probiert es gerne aus, wenn ihr mir nicht glaubt. Einfach freundlich und nett eine Frage stellen oder irgendwas. Ich antworte darauf. Man denkt ja so nie richtig nach, was das so bedeutet. Fünf Jungs. Das ist schon ein cooler und witziger Name, finde ich. Ich frage mich, ob Five Guys mich verklagen würde, wenn ich als Wettbewerber eine neue Kette eröffnen und das dann Five Girls nennen würde. Also fünf Mädels. Oder noch was? Two Guys, Three Girls. Noch besser, so nenne ich mein Restaurant in den USA. Two Guys, Two Girls, No Baby. What a Burger ist auch ziemlich cool übersetzt. Was für ein Burger. So nach dem Motto, was für ein geiler Burger, Alter. What a Burger. Könnt ihr euch in der Stadt vorstellen, dass es eine Burgerkette gibt, so nebst McDonalds und Burger King, der sich geiler Burger nennt und würdet ihr dort speisen? Eine der größten Burgerketten ist ja auch Fat Burger. Sehr erfolgreich und genauso bekannt wie alle anderen auch. In-N-Out kennen viele mittlerweile auch in Europa, obwohl es ja den Laden in Europa, soweit ich weiß, nicht gibt. In-N-Out ist möglicherweise der erfolgreichste Burgerladen in Kalifornien. Falls ihr mal hier seid, müsst ihr immer in den mal reingehen und ausprobieren. Wenn ihr mir ein Video schickt, wo in einem In-N-Out-Laden nicht mindestens 20 Leute Schlange stehen, egal zu welcher Uhrzeit, also Drive-Thru inbegriffen, lade ich dich in San Diego zu einem In-N-Out-Laden ein. Geht auf mich. Wirst du aber nicht finden. Keine Chance. Es ist immer rappelvoll, während fast jeder McDonalds-Laden hier mittlerweile dagegen ziemlich leer ist. Übersetzen könnte man das so mit rein-n-raus, also rein-n-raus, so rein und raus abgekürzt, rein und raus. Da kann man ja so ziemlich viel reininterpretieren, wenn man will, also von ekelhaft bis romantisch. Klasse finde ich übrigens auch die Burgerkette Chee-Burger-Chee-Burger. Also nicht Cheeseburger, sondern Chee-Burger. Und dann auch noch zweimal hintereinander, also Chee-Burger, Chee-Burger. Gegründet 1986 in Florida. Einfach nur komplett albern. Aber halt typisch amerikanischer Humor. Eines der größten Unternehmen der Welt heißt Das Langweilige Unternehmen. Ja? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ja? Genau. Es ist die Firma The Boring Company. Das ist das Unternehmen von Elon Musk, welches zu SpaceX gehört. Das Unternehmen, womit Elon Musk unter anderem Mars-Raketen baut, um Menschen zum Mars zu verschicken. Mit der Zurückverschickung, glaube ich, hat er noch nicht gerechnet. Aber auf jeden Fall, Elon Musk ist ein echter Pfennigfuchs, denn er musste nicht viel Markenrecherche betreiben, um zu sehen, ob der Domainname oder Marke bereits besetzt ist. Denn keiner auf dieser Welt wäre auf die Idee gekommen, sich so zu nennen. So kann man auch Anwaltsgebühren und magengerecht Recherche sparen, indem man sich einfach so nennt. Elon Musk hat wahrscheinlich einfach nur festgestellt, er kann sich, also kann Unternehmen nennen, wie er will. Solange die Menschen hören, dass Elon Musk dahinter steckt, ist der Name des Unternehmens nicht mehr wichtig. Er kann sein Unternehmen wahrscheinlich auch Kicherkakadu oder Pinkelfrosch oder auch Zwiebelgestank nennen. Die Menschen würden sich wahrscheinlich in Scharen dafür bewerben, um dort zu arbeiten. Da gibt es eine sehr bekannte, sehr bekannte Weinladen, also Weinladenkette. Die nennen sich Fat Bastard Wine. Fette Bastard Weine. Mal an die Weingenießer unter euch, würdet ihr euch eine Flasche fetten Bastard mitnehmen und an gute Freunde verschenken. Wobei diesmal waren es die Franzosen, die sich den Namen ausgedacht haben. Die Marke heißt in Frankreich Le Fat Bastard. Der fette Bastard übrigens gilt in den USA so als günstiges französisches Gourmetwein und kostet, die Flasche kostet dann so unter 15 Dollar. Und erinnert ihr euch noch an die Zeiten von Skype? Vor circa zehn Jahren war das die Standard Chat Software bei Unternehmen hier in den USA. Es gibt bestimmt noch einige, die das noch nutzen, aber mittlerweile wurde es ja komplett von Slack abgelöst. Auch wir nutzen Slack in unserem amerikanischen Unternehmen. Und Slack bedeutet übersetzt sowas wie faul oder nachlässig. Also trödler, trödeln, rumfaulen, lustlos und so aktivitätslos. Also finde ich auch geil, dass die Kommunikationssoftware Nummer eins in der amerikanischen Industrie nachlässig heißt. Endlich mal ein passender Name für die amerikanische Arbeitskultur. Ja, da haben die sich mal was Seriöses ausgedacht. Das Interessante an Amerika ist, dass man hier vieles nicht übertrieben überdenkt. Vieles macht man einfach. Ja, gerade so, dass die Namen sind nicht das A und O. Ich habe in meinem Leben schon viele Unternehmen gegründet und eine Sache dabei festgestellt, der Name des Unternehmens ist unwichtig. Es gibt nur drei Dinge, die wichtig sind. An erster Stelle der Kunde. An zweiter Stelle, das ist auch sehr wichtig, der Kunde. Und an dritter Stelle, und das vernachlässigen die meisten oft, der Kunde. Ich würde noch vielleicht an die vierte Stelle anhängen. Könnt ihr euch denken, was? Genau, der Kunde. Ohne den Kunden, also ohne Sales läuft das Unternehmen nicht. Und natürlich diese Weisheit, ein Unternehmen zu gründen, ist einfach, den Laden offen zu halten. Das ist die Herausforderung. Viele meiner Zuschauer wissen Folgendes. Mit meinem amerikanischen Geschäftspartner haben wir nebenbei ein Unternehmen gegründet in Amerika. Ich hatte keine Lust, großartig Markenrecherche zu betreiben. Da in San Diego der Himmel immer blau ist, kam ich auf die Idee, das Unternehmen Blau Medien zu nennen. Zehn Jahre später, wir beschäftigen jetzt also circa 40 Mitarbeiter und haben knapp 100 Kunden und wir heißen heute noch Blau Medien. Was ich sagen will, der Name ist unwichtig. Wir hätten uns auch Chefs ohne Schnurrbart nennen können oder Tinte, aber kein Papier. Incorporated. Kein Kunde fragt, wieso wir so heißen oder was das bedeutet. Was Amerikaner hier wissen wollen, ist nur eins. Können die das, was die versprechen? Und hier meine absoluten Favoriten. Nummer eins, diese beiden Anwaltkanzleien. Der eine heißt Pain and Fears, Schmerz und Angst. Die andere Kanzlei heißt Ellen, Ellen, Ellen und Ellen. Das Geile ist ja dabei, dass die Amerikaner diesen Namen so cool finden, dass sie dadurch auch dem Unternehmen vertrauen. Wer so clever, lustig und vor allem waghalsig ist mit Humor, muss Charakterstärke, Mut, Selbstbewusstsein haben. Also so sieht der Amerikaner das bei diesen Namen. In Deutschland dagegen könnte ich mir also eher vorstellen, dass man solche Namen so ein bisschen kritisch bewerten würde, könnte. Vielleicht sogar so weit gehen würde zu glauben, dass die vielleicht nicht ganz dicht sind. Also ich meine, lass uns doch mal einfach einen Test machen. Also stell dir mal vor, du malst ein Bild, fotografierst das und teilst das auf Instagram. Mein erstes Bild seit langem mal wieder. Ein Werbeunternehmen klaut dieses Bild und pappt es auf ihre Produkte drauf. Du bist enttäuscht, bist aber friedliebend und kümmerst dich nicht drum. Eine Woche später kommt von deren Anwaltskanzlei eine Klage angeflattert. Die werfen dir nun vor, deren Bild geklaut zu haben. Streitwert 500.000 Euro. Sind die jetzt komplett verrückt geworden oder was? Denkst du dir? Das gibt's doch nicht. Ich brauche einen Anwalt. Und dann findest du diese Kanzlei online. Schmerz- und Angstkanzlei Düsseldorf. Eine andere Alternative. Herbert, Herbert, Herbert und Herbert-Kanzlei. Rufst du da an? Ich glaube nicht, dass ein Deutscher da anrufen würde. Ja, in Amerika rufen die da an. Die denken, na wenigstens haben die etwas Humor. In Deutschland kannte ich mal einen Supermarktladen, der hieß, zum bösen Wolf. Ja, das war mal ein Name, der humorvoll war. Statt sowas wie Kaufhof. Ja, wie langweilig. Kaufhof. Viele meiner Zuschauer haben übrigens die Theorie, dass ich daran schuld bin, dass Kaufhof pleite gegangen ist. Denn vor deren Pleite habe ich in meinem Video über Kaufhof in einer ganz bestimmten Art und Weise über die gesprochen. Link zum Video ist in der Beschreibung. Bis bald.